so leute ja okay mit dem Uhrzeit und wir haben ein die Goufie Bild mehr kommen da aber ich glaubte er hat nur kurz so ich dachte er kommt wieder hinterher gerannt so was fehlt okay egal ja ja so erst mal mein Pipi wieder auf die Bank Pipi ja und dann gleich geht zum Geistertour aber erstmal die Tränen warte wen nehme ich denn den hab ich schon den hab ich schon den Mai aber auch noch nicht wir machen erstmal den Dicken da die hab ich auch schon die hab ich auch schon die hab ich schon auch geile Begrüßungen so von diesem Bergsteiger ha 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 und auf einmal kämpfen wir ja G crochet Glockenstein 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 Na Intensität Wortopuls und Weg Gburg Coheson so läuft das ja Leute heute wenn ihr Glück habt habt ihr wahrscheinlich die Aufnahme nicht mehr verzögert oder auch die Körner Prozent das ist dabei bleiben weit kommen besten mit dann wird die Besserung das hat die zweite Heikara ich gucke ich schaue und nichts wie viele Buchmann wie viele Zwei. Oh, nix so voll dann auch. Oh, dieses... Wie heißt der nochmal? Geo-Rog. Geo-Rog. Ja, Mann. Geo-Watz. 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 Geo-Watz ist voll gut auswendig. In Englisch heißt er ja Golem, ne? Geo-Watz? Geo-Watz? Muss ich nicht. Ja, klar. Ob du es mir jetzt glaubst oder nicht? Hm? Ich hätte auch ohne diese Info weiterleben können. Ah. Ja. Du. Und übrigens sind wir... Ja, das wollte ich nochmal klarstellen. Wir sind immer auf Channel 2. Da möchte ich nicht die ganzen Google-Bütches hier rumrennen, weißt du so? Ja, sonst werden wir ja... Okay, ist auch voll. Voll das Meisterwerk einfach auf einem anderen Channel von den 10 Channel zu gehen. Aber okay. Der verfolgt mich wieder. Boah, das ist so schlecht. Ich liebe dich. Ich wette, dass es Toten-Grebe-Karl. Toten-Grebe-Karl, dann hast du aber noch nie seine Fresse gesehen. Oh. Oh. Du. Du. Seine Fresse oder deine Fresse? Seine Fresse. Seine Fresse? Deine Fresse. Ah, wir müssen sich mal auf Schild und Toten-Grebe-Karl aussieht. Oh. Hast du eine neue Fresse gesehen? Ich auch nicht. Oh, geil. Hi, kid. Want to see? Nein. Alter. Hm? Ich hasse das, wenn die Fragen stellen und auf andere kämpfen. wie hier in Polen tun, dann kommen. Nein, nicht wenig. so große, fuck. Hyperfunk. Hyperfunk. Karena kritikal tots boom, easy star. Wir stehen hier hier gerade zu dritten so einer Reihe. Kiro. und ruhig ist gut André aufs Poker und der andere heißt Mr. Torres weil kannst du nur Julio Kassel ich mache ja alles fertig wir können geiler Spruch ich spielte der Zeit hat und auch weiter die Köln die Bezemberg ich weiß gar nicht muss man nicht ist es nicht in die Saison reinfolgen ein bisschen mehr das Groping holen alles in diesem Ziel bei den Tauern da warum wir nicht erst wollen wir nicht erst mal die Geistertypen hier fähig ja okay warte mal ging was ist okay er kann in Europa ich nehme einfach jetzt kommt der Geräte die Mitglieder auf die Fresse Teil 4 Arie ist Togen Ravakal wieder so mal gucken ob sich ein Team ein bisschen gesteigert hat oh leu bitte kein Tau Taubur als erstes als erstes Nein ich habe warum habe ich und die Karriere rausgeschickt Leuterno bei Hr einfach so die Paule das was ich am besten kann Schliebke ok daneben mehr Kürtetik Körnungen ja so und die leuten alles wollen haben so ja sie einfach mal deine er war nicht so für die zuschauer nicht für dich ja wir sind auch nicht einfach nur stumm stellen zu überwärts das ist doch alles hier wer gewonnen schön ich freue mich cut ihn weg oh nein oh nein so ich muss hier meinen Rakets dran quick attack ich sehe schon wie mein Rattigal abkackt in der Liga überfangen wow der hat nen Vokano Leute das wussten wir ja noch nicht Prozent ich bin zu cool Nebula kommt so verbrennen im Höhlenfeuer Apricia damit haben wir jetzt nicht gerechnet mit dem Viech ich weiß nicht mehr wie es heißt dieser Flur, Bisa Samen und er hat es gar nicht auf der Rechnung er hat es gar nicht auf der Rechnung jetzt macht die Scheißgastik schon wieder ihr Fluch das ist die zwanzigste Folge nee, das ist ja ein zwanzigste nein, die zwanzigste ein Volk wird verloren was ist? ey, das ist Boden gegen Geist effektiv ich glaube nicht und nochmal für alle der hatte kein O-Wei der hatte kein O-Wei Alter, ich hab's auf Video was hat der? der hatte ein Vucano ein Tauburger ein Wieser Knosp äh Kadabra ja und ein Garados ach ja das ändert sich ja hier welchen Anfangstypen du genommen hast achso warum hat der bei mir einen Garados? kann ich nicht das scheiß O-Wei haben O-Wei, was hast du gegen O-Wei? ja komm, Megapunch in die Fresse Shandy oh, Attack Mist oh wir haben boah, das Epic Fight gerade, Alter Junge Shandy trifft hier niemals er hat drei von meinen vier Pokémon getötet jetzt muss ich hier mit Hocky gehen jetzt muss ich hier mit Hocky gehen boah End-Boss-Fight hier gerade oh, er macht Trash, er trifft Trash ist übrigens fortklar für alle die nichts wissen die wusste es nicht oh, ich hab gewonnen nur durch dich durch Hocky bei Bohr er hat ganz allein gegen alle ach, ich hab's ja die ganzen Klischeees Marvin ja, 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 komm, da aber mich voll ich kann mich kein Englisch, oh so ich muss wieder runtergehen, lieber aber ich auch nach dem Kampf ich bin jetzt vielleicht durch so so Stoow ist mein Manky kommt jetzt ein bisschen nicht zur Geltung so ist Kampf nicht sehr effektiv oder was oder Kampf ist überhaupt gar nicht effektiv wenn ich mich jetzt nicht täuschen also Geist eigentlich haben auch Vorteile gegen was ja, Boden ist ja nicht, äh das hat keine Effektivität aber psychos effektiv und und nicht und nicht auch ach ja, und normal ist gar nicht effektiv gegen Geist ja ach so, die sahen ja anders aus ich dachte immer, hö sahen ja nicht aus wie so Schwartarier auch Geld jetzt jetzt so weiß habe ich sind, weil so alte Oma so gleichzeitig geschaffen sind ja, wir haben auch so die Käppi auf und so zählen in auch den jetzt wir sind gar nichts geht der wir sind wir aber nur eine Tappe gegen die Scheiß die Kiertel es wird der Steinhagel was sie mir ist beigebracht wenn man dann macht nur ein Haus was das und mit dem Namen von Nebula ja ja Apolo im englischen Weißerlach und schon geistlich angegriffen weißt du für was gerade die Zeit ist it's time for a cut so ja ne jetzt cutten wir hier wieder und äh ja wir sehen uns gleich Ciao